Heute, liebe Fans von Schimmel Automobile, ist es endlich soweit. Wir werfen ganz exklusiv einen Blick auf den neuen Hyundai Ioniq 5. Noch steht er hier hinter mir und lässt nur am Tagfahrlicht erkennen, wie er in etwa aussieht. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal drauf und ich verspreche euch, ihr werdet genauso Augen machen wie ich, als ich hier reinmarschiert bin und den Ioniq 5 zum ersten Mal gesehen habe. Viel Spaß! Der Ioniq 5 leitet eine völlig neue Design-Ära ein. Dieses kantige Retro-Design gepaart mit modernster Technik in Form von hier vorne zum Beispiel Voll-LED-Projektionsscheinwerfern im Pixel-Design steht ihm richtig gut. Stolze drei Meter liegen hier zwischen den Rädern, zwischen Vorder- und Hinterachse und somit schafft der Ioniq 5 auch richtig viel Platz im Innenraum. Das Pixel-Design wird hier am Heck nochmal aufgegriffen und formschön vollendet, wie ich finde. Insgesamt ist der Ioniq 5 in etwa so groß wie ein Tucson, er wirkt aber deutlich filigraner. Das Gepäckvolumen beträgt stolze 531 Liter. Der Blick in den Innenraum darf natürlich auch nicht fehlen. Das Konzept Elektroauto geht hier zu 100% auf. Wir haben keinen störenden Mitteltunnel mehr und ich könnte sogar mit meinem Beifahrer füßeln, wenn ich es denn wollte. Die Mittelkonsole, die uns bleibt, ist frei verschiebbar. Das heißt, wenn ich meine Ablage brauche, dann ist sie jederzeit griffbereit. Insgesamt wirkt der Ioniq 5 so luftig und irgendwie großzügig. Zwei Wide-Screen-Displays thronen hier vor mir auf dem eleganten und minimalistischen Cockpit und zusammen mit dem Zweischmeichen-Lenkrad wirkt der Ioniq 5 dadurch richtig futuristisch. So, jetzt müssen wir ihn schon fast wieder verabschieden, den Ioniq 5. Deshalb noch kurz ein paar Fakten zur Lademöglichkeit. Da wir hier ein hochmodernes 800-Volt-System verbaut haben, beträgt die Ladedauer von 10 auf 80% gerade mal 18 Minuten. Und selbst in nur 5 Minuten können wir genügend Strom für eine Reichweite von über 100 Kilometern nachladen. Insgesamt soll der Ioniq 5 dann 480 Kilometer mit einer Ladung schaffen. Ihr seid jetzt genauso gespannt, ihn live und auf der Straße zu erleben wie ich? Dann abonniert doch unseren YouTube-Kanal. Wir von Schimmel Automobile freuen uns auf euch.